Du wirst dir nun sicher die Frage stellen, was uns auszeichnet. Unser Alleinstellungsmerkmal ist es, dass wir die Big Player des Kapitalmarkts, Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Immobiliengesellschaften zu einem persönlichen, individuellen Konzept für dich zusammensetzen, um bestmögliche Resultate zu erzielen. Dabei berücksichtigen wir deine Steuersituation, können durch gezielte Investitionen deine Steuerlast reduzieren und optimieren bestehende Verträge. Das Herzstück des Unternehmens besteht aus zwei Personen. Unser Prokurist Markus Glees ist für sämtliche analytischen Themengebiete zuständig und die Unterstützung der Geschäftsführung. Meine Person ist für den operativen Geschäftsbetrieb sowie Verhandlungen mit neuen Produktgebern zuständig. Meine Aufgabengebiete im Unternehmen sind es zu analysieren, zu recherchieren, hauseigene Software zu programmieren und natürlich die Geschäftsführung zu unterstützen. In unserem Unternehmen steht nicht das Produkt im Vordergrund, sondern du als Mensch bist uns wichtig und deine persönlichen Ziele. Diese können zum Beispiel die eigene Immobilie oder ein guter finanzieller Background sein. Wir geben dir die Werkzeuge an die Hand und entwickeln für dich ein persönliches Konzept, um diese Ziele bestmöglich zu realisieren. Unser gemeinsames Ziel soll es sein, dir komplexe Finanzthemen einfach zu erklären, sodass du immer ein gutes Gefühl hast und einen kompetenten Ansprechpartner an deiner Seite. Mein Name ist Stefan Deiminger, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma Fair Financial Services. Wir sind seit mittlerweile über zehn Jahren am Markt und haben uns auf die konzeptionelle Finanzberatung für Privatkunden, Firmenkunden und Profisporter konzentriert. Ich bin Geschäftsführer und ich bin Geschäftsführer und ich bin Geschäftsführer. Ich bin Geschäftsführer und ich bin Geschäftsführer und ich bin Geschäftsführer.